Die Gruppe Schwan Stabilo hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015-2016 den höchsten Umsatz in ihrer 160-jährigen Firmengeschichte erwirtschaftet. Bei der Bilanzpressekonferenz am 19. Oktober präsentierte die Konzernleitung nun die Ergebnisse. Das Besondere daran, in nur einem Jahr konnte der Umsatz um mehr als 100 Millionen Euro gesteigert werden auf 706,7 Millionen Euro. Das ist ein Plus von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dazu haben erstmals alle drei Teilkonzerne Kosmetik, Schreibgeräte und Outdoor mit kräftigem Wachstum beigetragen. Geschäftsführer Dr. Jörg Karas erklärt den außergewöhnlichen Erfolg. Unser Unternehmen hat sich in den letzten Jahren konsequent in den Geschäftsbereichen diversifiziert und mit Standorten in 22 Ländern sind wir seit langem global vertreten. In der Kosmetik war es in der vergangenen Jahr ein dynamisches, organisches Wachstum in allen Geschäftsbereichen. Unser Anspruch ist es, jeder Verbraucherin weltweit die Produkte zur Verfügung zu stellen, die sie für die Gestaltung ihres individuellen Looks braucht. Und es ist uns gelungen, die Stiftkategorie zu einer strategischen Kategorie für die Kosmetikindustrie zu machen. Im vergangenen Jahr hat diese Kategorie überdurchschnittlich zum Wachstum der gesamten Kosmetikindustrie beigetragen. Der Umsatz des Kosmetikbereichs wurde um 14,3 Prozent auf 364,3 Millionen Euro gesteigert. Die Schreibgeräte-Sparte mit der Marke Stabilo wuchs um fast 10 Prozent und erwirtschaftete 185,2 Millionen Euro. Dabei profitierte das Unternehmen vom bis heute anhaltenden Ausmaltrend bei Erwachsenen und konnte erfolgreich zwei neue Start-ups zum Thema Schreiben lernen etablieren. Beim Teilkonzern Outdoor führte der Zukauf der Meier Sports-Gruppe erwartungsgemäß zu einem deutlichen Plus im Geschäftsergebnis. Die vier Marken Deuter, Orthovox, Meier Sports und Gonzo erzielten einen Umsatz von 157,1 Millionen Euro, was einer Steigerung um 40 Prozent entspricht. Der geschäftsführende Gesellschafter Sebastian Schwanhäuser sagt dazu. Bei Stabilo haben wir sehr früh auf den Ausmaltrend für Erwachsene gesetzt. Und unsere Stiftesets mit Büchern zusammen waren wirklich ein Renner im letzten Jahr. Und mit Digivision und Stabilo Education haben wir im Bildungssektor Fuß gefasst. Im Outdoor-Bereich, denke ich, partizipieren wir sehr von unseren fokussierten Marken, die wirklich Innovation bringen, was auch in der Branche anerkannt wird. Mit dem German Brand Award von Meier Sports und verschiedenen ISPO Awards für Orthovox. Auch finanziell steht das Unternehmen, das in fünfter Generation im Familienbesitz ist, auf stabilen Füßen. Finanzchef Martin Reim stellt fest. Wir haben 70 Millionen Euro in dem abgelaufenen Geschäftsjahr investiert. Ein sehr hoher Betrag für uns, den wir komplett aus eigenen Mitteln realisieren konnten. Auch im jetzt laufenden Geschäftsjahr investieren wir in ähnlicher Größenordnung ebenfalls vollständig aus dem operativen Cashflow. Das ist doch die richtige Lösung für eine Zeit mit negativen Zinsen. Investitionskraft und Wachstum in allen Bereichen. Sebastian Schwanhäuser sieht entsprechend optimistisch in die Zukunft. Das letzte Jahr hat die Messlatte sicherlich sehr hoch gehängt, weil es außergewöhnlich war. Aber große Ziele motivieren uns. Wir sind für die Zukunft, denke ich, gut gerüstet.